Was geht ab YouTube, euer Joschis wieder am Start, heute mit einem weiteren Video für euch zum Thema Outfit Glitches. Und zwar will ich euch zeigen, wie ihr alle Joggers für die Frau bekommt. Das Ganze ist wieder ein Transferglitch, ihr werdet wieder sämtliche Outfits verlieren, bis auf eins. Das müsstet ihr euch dann vorher auswählen. Geht nicht hin und speichert ein Outfit ab mit Duffelback. Die Duffelback Outfits werden nicht mit übernommen auf den ersten Charakter. Wählt euch auf jeden Fall eins aus, wo kein Duffelback drauf ist. Und falls ihr ein Outfit habt, wo ein Duffelback drauf ist und ihr das nicht verlieren wollt, geht erst einmal hin, entfernt den Duffelback und speichert das Outfit separat noch einmal ab. So, wenn ihr das dann gemacht habt, erstellt ihr euch einen zweiten Charakter. Und zwar einen männlichen zweiten Charakter, wenn euer erster eine Frau ist. Und dann geht ihr in den nächsten Klamottenladen und dann kauft ihr euch die folgenden Klamotten. Beziehungsweise wir brauchen nur Hosen und zwar brauchen wir Shorts. Und zwar ist das bei den Shorts, kauft ihr euch einmal von der Nummer 9 an, alle bis zur Nummer, welche ist das, bis zur 18. Bis dahin kauft ihr euch alle Shorts und speichert die alle separat ab. Ich zeige euch das mal eben, ich habe die hier schon abgespeichert. 1 bis 10 sind da. Und wenn ihr euch die dann abgespeichert habt, ich gehe mal eben kurz mit euch die Hosen durch, damit ihr seht, dass ich die auch habe. Hier ist die 1, die 2, die 3, die 4, 5, 6, 7, 8, 9 und die letzte, die 10. So, wenn ihr das dann habt, sind wir auch schon fertig. Jetzt gehen wir einmal nach draußen und machen den Transferglitch. Wenn ihr wissen wollt, wie der Transferglitch funktioniert, ich werde den unten in der Videobeschreibung wieder für euch verlinken. Schaut euch das einfach an. Und ich habe das zwar in dem Transferglitch von der Frau zum Mann gemacht, aber das Prinzip ist genau dasselbe. Also ihr macht einfach genau denselben Glitch. So, ich mache an dieser Stelle mal eben kurz wieder einen Cut und sage dann mal bis gleich. So, meine Lieben, habt ihr jetzt nun den Transferglitch gemacht und ihr seid in der neuen Sitzung angekommen, könnt ihr auch schon hingehen, öffnet einmal mit dem Touchpad euer Interaktionsmenü, geht auf Stil und geht dann mal auf die Outfits, die wir jetzt gerade eben gemacht haben. Ihr seht schon, hier ist die schwarze Jogger, die weiße Jogger haben wir auch, dann haben wir die braune Jogger ist das hier gerade, glaube ich. Die graue Jogger ist auch dabei, was haben wir hier, hier ist die blaue Jogger, wir haben die rote, die pinke ist auch am Start auf jeden Fall, was haben wir hier noch, die lila, die orange und zum guten Ende auch die grüne Jogger. Ja Leute, so kommt ihr auf jeden Fall an alle Joggers für die Frau, ich hoffe das Video hat euch gefallen, zeigt es mir gerne mit einem Daumen nach oben, da würde ich mich mega freuen und lasst mir gerne auch ein Abo da, da würde ich mich noch viel mehr drüber freuen. Dann schaffen wir nämlich auch diese Woche noch die 400 Abos, an dieser Stelle würde ich gerne auch noch ein, zwei Leute grüßen und zwar ist das noch einmal der Joel, dann einmal BBM-Member, außerdem noch den MC Lars und den Drag Racer. Ja Leute, das war es auf jeden Fall jetzt von mir, ich wünsche euch noch einen schönen Tag, haut rein, macht's gut, bis bald und ciao. Ja Leute, das war es auf jeden Fall.